Hey, Peilchen, wollen wir noch was essen gehen? Es ist äußerst schwierig, dich zu kontaktieren, Spider-Man. Ist ne Idee tot? So schön, dass wir uns endlich mal treffen. Allerdings weiß ich folgendes. Drei Tage später gab's einen ähnlichen Vorfall in Marokko. Orange? Nein, danke schön, ich bin ein Fasten. Danke. Die sind sehr frisch. Die sind Bier aus Kosovo. Wann krieg ich meine Miete bei Tim? Heute? Tung. Tung. Das war mein Vermieter, Entschuldigung. Was wolltest du sagen? Ein Dorf wurde zerstört von etwas, das vielleicht ein weiteres die Welt bedrohendes... Hey, bei Tim, geh nix duschen, ich bin gerade am Kucken. Ähm, okay, verstanden. Deswegen ist es überaus wichtig. Hey, bei Tim, nächster Monat gibt's Mieterhöhung. Hab ich vergessen zu sorgen. Halt. Ich will endlich meine Miete. Nun folgt ein sehr emotionales Gedicht, habe ich selber geschrieben. Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Der war so hässlich, dass alle Leute gestorben sind. Ende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Spider-Mene. Wenn ihr Fotos machen wollt, 20 Euro für Videos, 50 Euro. Okay, jeder darf eine Frage stellen. Du zuerst. Ich spreche keine Kinesi erst. Geht zurück nach Indio aus Schalaukan. Ich bin echt aufgeregt, dass wir nach Kosovo fliegen. Ich freu mich echt. Brilliant Frau, ich hab einen Auftrag für dich. Hallo? Hallo, bei Tim. Wie kann ich dir helfen? Hey, ähm. Da ist eine Junge, der hat ein Video von mir, wo ich tanze wie eine Schlaumpär. Soll ich ihn erledigen? Ja, mach ihn weg. Sofort. Verstanden. Glurak wird geschickt. Gluraki. Scheiß in Dreck. Hammer, Brille. Gib mir dir Brille. Meine Erfolge ist nicht schlecht. Brille. Oh? Ich hab vor Angst in die Hosen gekackt. Mach schon, hinsetzen, sofort anschnallen. Verstanden? Guck mal da, da ist Cristiano Ronaldo. Hoppa. Gluraki. Heide bis mit Nacht. Oh, Mann. Der tut weh an den Eiern. Bei Tim! Yo, Freunde. Was geht ab? Wir hoffen, das Video hat euch gefallen, Freunde. Freunde, das war eine neue Spider-Man-Parodie. Nichts vergessen zu liken. Kommentieren. Und Glocke aktivieren. Und Freunde, checkt unser Merchandise-Abo, wenn ihr uns unterstützen wollt. Und wir sehen uns am Sonntag mit einem neuen Spider-Man-Video. Wir sehen uns am Sonntag mit einem neuen Spider-Man-Man-Man-Man-Man-Man-Man-Man-Man-Man-Man-Man.